Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzei-Blog. Heute ist es mal wieder soweit, ein Update vom Seat & Greet Ladepark. Das letzte ist ja schon ein bisschen her. Roland ist dabei und Roland ist gerade, ja, du bist am Schwitzen, denn im Moment ist Production hell, das Ladepark in Hilden. Stimmt. Roland, wir stehen hier am Seat & Greet in Hilden auf der Baustelle. Hier ist kräftig Gewerk gerade zu Gange und wir wollen mal darüber sprechen, was sich denn jetzt so Neues ergeben hat. Beim letzten Mal war ja die Photovoltaik im Bau und wie ich gerade gesehen habe, Photovoltaik ist fertig. Photovoltaik ist fertig, genau. Also sie ist noch nicht angeschlossen, sie muss noch verkabelt werden, aber es liegt alles auf dem Dach, inklusive der Ostnasen, die belegt sind. Ja, Ostnasen, also Mike Krüger wäre stolz auf dich, glaube ich. Die Ostnasen sind echt cool geworden, finde ich. Erklär doch mal kurz, warum du da jetzt dafür gesorgt hast, dass da nochmal eine zweite Konterseite draufkommt. Wir haben ja hier eigentlich die perfekte Ausrichtung nach Südwesten, für den Zeitpunkt, wann der stärkste Peak ist bei den Ladestationen. Das ist am frühen Abend. Das heißt, dass man am meisten wirklich erneuerbaren Strom, selbst erzeugten erneuerbaren Strom in die Akkus bekommt. Es gibt einen etwas niedrigeren Peak, der ist am späten Vormittag und dann möchte man die Speicher auch schon ein bisschen voll haben. Und darum haben wir hier eine kleine Reihe jeweils nach Osten ausgerichtet, damit morgens früh was kommt. Das ist sicherlich, kommt da jetzt in Sachen, wenn der Peak mit tatsächlicher Leistungsvergleichs kommt da nicht so viel an. Aber es kommt zum richtigen Zeitpunkt an und wir brauchen deswegen weniger aus dem Netz. Passt also besser zu unserem Lastgang. Ja, okay, verstehe. Ja, man will ja immer möglichst den Strom, den man braucht, auch in dem Moment herstellen. Idealerweise, weil auch jede Speicherung, ich meine, wir stehen hier vorne, da sieht man die Fundamente, da kommen die Batterien hin. Man möchte ja eine zusätzliche Speicherung ja möglichst vermeiden. Sonst könnte man ja sagen, okay, du speicherst den ganzen Tag und am nächsten Morgen wird dann daraus halt gezogen. Das machen wir ja auch, aber trotzdem ist es so natürlich noch besser. Also viel hilft viel, das gilt gerade für die Photovoltaikanlage, würde ich sagen. Okay, das heißt, angeschlossen ist es noch nicht. Das heißt, du hast jetzt so ein bisschen totes Kapital letztendlich auf dem Dach. Also ich weiß noch, wie das war, als bei uns am Haus die Photovoltaik drauf war, aber noch nicht angeschlossen war. Das hat mir jeder Tag echt wehgetan. Ja, das ist hier was anderes. Man könnte dieses große Ding anschließen, kann es ja nicht einfach. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Okay, aber hast du denn da schon eine Vorstellung, wann da Strom fließen wird? Eine Vorstellung ja, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Okay, also dauert noch ein bisschen. Ja, also zur Eröffnung ist es da. Da läuft es. Okay, ja, dann gehen wir doch mal weiter. Es gibt dann nämlich ein großes Problem. Wir haben es schon gerade gesagt, du hast jetzt gerade Production Hell. Das heißt, für dich ist gerade echt höchste Eisenbahn, also hier den Roland hinzukriegen zu einem Interview, war gar nicht so einfach und sah auch erst schlecht aus. Nochmal vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit für uns, für mich, für die Community vor allen Dingen nimmst. Der Pavillon, hier sehe ich gerade, hier werden Dinge abgerissen, die erst aufgebaut wurden. Was ist hier los? Ja, also abgerissen nicht. Es wird das Fundament, das Streifenfundament, was für den Pavillon vorgesehen war, wird jetzt quasi zugeschüttet und es kommt eine Betonplatte drüber. Also die jetzige Fundamentplanung ist quasi passé. Warum ist das passiert? Die Firma, die den Pavillon im Auftrag hatte, die uns ja schon mehrfach in die Verzögerung gebracht hat und zur Weißgut betrieben hat eigentlich, hat sich gezeigt, das bringt nichts, mit denen weiter zusammenzuarbeiten, weil man will ja auch später noch was anderes daraus machen. Und wenn ich so agiere, dann ist das irgendwie doof. Deswegen haben wir die Geschäftsbeziehung beendet und haben den Pavillon jetzt mit der guten Firma Terhalle, die jetzt auch hier die Carports gebaut hat, Holzbau Terhalle, umgeplant. Die waren in der Lage, das relativ schnell und zügig zu machen, zusammen mit unseren ganzen anderen Planern und Handwerkern. Und deswegen kommt jetzt auf die gleiche Grundfläche, also das gleiche Konzept von der Einrichtung her. Da wird sich nichts ändern, aber eben anders gebaut. Ja, okay. Was heißt denn anders gebaut? Also das gebaut, der Holz war doch eh schon geplant, ne? Ja, das ist ein Holzbau, genau. Er bleibt aber stehen. Also am Anfang war es ja so, dass wir einen Teil des Pavillons in einer Modulbauweise hatten, den man quasi auf den Tieflader setzen kann, um mit der teuren Technik drin woanders hin transportieren. Ah, das wusste ich noch gar nicht, okay. Ja, das war so geplant, damit, ja, die Investitionen, die Ladeneinrichtung, alles ist ja relativ viel. Jetzt ist es so, dass die Ladeneinrichtung, wenn denn der eine andere Funktion bekommt, wenn das große Gebäude fertig ist, eben einzeln rausgebaut werden muss. Das macht unser Ladenbauer auch gerne. Ist im ersten Schritt gar nicht so viel aufwendiger, war aber eigentlich nicht meine Intention. Ja, okay. Verstehe. Ich habe es schon ein paar Mal gefragt, du wolltest noch nicht raus damit. Was passiert denn dann danach damit? Mit dem Pavillon? Ja. Och, den kann man mieten. Für Events, für Ausstellungen. Das war also eine Event-Location quasi. Ja, so kann man es nicht sagen. Also, da kann man was ausstellen, da kann man auch einen Schreibtisch reinsetzen und Versicherungen verkaufen. Ne, Versicherungen natürlich nicht. Aber, zum Beispiel, ich kann nur sagen, wir haben die Eingangstüre so breit geplant, dass mindestens ein Model X durchpasst und die Lastverteilung auf dem Boden ist so, dass man auch Autos reinstellen kann. Ah, okay. Aber auch alles andere. Ja, okay. Ob Speicherlösung, sonstige Angebote, ob jemand hier seine Kunden hinlädt. Man ist natürlich immer umgeben von Leuten, die kommen und fahren. Ja. Will man ja vielleicht auch. Genau. Die auch eine gewisse Kundenklientel darstellen, ein gewisses Interessengebiet jetzt noch zeigen. Und ich denke, dass das schon interessant ist, hier was zu machen. Okay. Vorstellungen von neuen Dingen und so weiter. Ja, ja, okay. Verstehe, verstehe. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ich hatte ja erst gedacht, vielleicht hast du da sozusagen noch eine eigene Ambition, mit der du noch nicht rausrücken wolltest. Aber das finde ich eigentlich auch sehr cool. Das ist ja eine eigene Ambition. Es gibt auch noch eine andere Sache, die ist aber noch nicht ganz klar. Also, ihr seht schon, Roland möchte, dass ihr den Kanal gerne abonniert, damit wir immer wieder neue Informationen bekommen. Er macht das so ein bisschen wie Elon Musk. Das mache ich nicht wegen dir und dem Kanal, Nino. Natürlich, natürlich. Du willst, dass die abonnieren, das weiß ich doch. Ja, natürlich. Habe ich ja auch. Aber nee, das gibt es noch andere Gründe, warum man mit bestimmten Dingen nur heftigerweise rauskommt. Ja, nee, ist völlig normal. Und klar, manches ist ja auch noch nicht in trockenen Tüchern. Da muss man erst mal ein bisschen Geduld haben. Verstehe ich. Okay, das heißt jetzt also, es kommt ein veränderter Pavillon, anderer Anbieter, der das jetzt baut. Und ich verstehe jetzt also, Streifenfundament muss ergänzt werden zu einem Flächenfundament. Ist es dann damit auch getan oder muss noch mehr verändert werden? Die Anschlüsse oder hat das Auswirkungen auf die äußeren Rahmenbedingungen hier? Da ist ja eine Terrasse geplant, das bleibt alles. Das bleibt alles. Okay, verstehe ich. Die Terrasse wird sogar schöner und besser noch überdacht. Ah, okay, okay, okay. Es wird also ein bisschen ausufender, verstehe ich. Und wir kriegen auf das Dach deutlich mehr PV drauf als vorher. Ach, da soll auch nochmal PV drauf? Ja, klar. Ach so, auch das wusste ich noch nicht. Und das geht auch dann nach Osten. Ah ja, okay. Ja, also vor PV kann man sich hier nicht retten. Wie gesagt, viel hilft viel. Ich habe da vorne gesehen, dass da so Steinlieferungen gekommen sind, also große und kleine. Wofür sind die gedacht? Das wird eine Abgrenzung mit Lampen, die quasi hier außen rum kommt, um die Versickungsgrube, damit man da nicht reinfährt. Ja, okay. Ja, verstehe. Ja, das ist so jetzt ein bisschen gefährlich, sagen wir mal, wenn da einer nicht richtig aufpasst, dass du da reinfährst. Gefährlich nicht, aber man könnte sich was kaputt machen. Ja, genau. Richtig. Kommen die dann auf die Wiese oder kommen die auf den Belag? Direkt an die Kante auf die Wiese. Also nicht unten auf die Wiese. Okay, also muss noch ein bisschen angeschüttet werden. Okay, verstehe. Du hast gerade gesagt, Beleuchtung. Wie ist denn das Thema? Wir haben ja ein Video gemacht zum Thema Beleuchtung hier. Gibt es da schon neue Erkenntnisse? Also ist daraus entstanden? Ja, klar. Also das Video ist quasi aktuell. Da ist ja auch der Herr, ich komme gerade nicht auf den Namen, wer das hier macht und montiert. Die sind kräftig dran und machen das. Die werden früher fertig als andere, denke ich. Naja, okay. Das heißt, was wir da gesehen haben in den ersten Ansätzen, könnte in die Umsetzung gehen? So ungefähr. Natürlich noch anders gesteuert mit der perfekten Licht- und Schleifung. Intensität und auch, dass eine zarte Grundbeleuchtung da ist. Und wenn man dann daher geht, dann wird es heller. Okay. Ja, das könnt ihr euch in einem Video auch nochmal ansehen. Das fand ich eine tatsächlich sehr spannende Diskussion. Wenn man halt nicht vom Fach ist, wie da gefachsimpelt wurde, macht man jetzt starke Lichtkegel auf dem Boden mit Übergängen oder macht man eher eine diffuse Beleuchtung im Gesamten. Das war recht interessant, finde ich. Okay. Wir kommen jetzt zum eigentlich kritischsten Punkt hier, der, ich sag mal, das ganze Projekt doch ein ganzes Stück maßgeblich bestimmt, was die Planung und Umsetzung angeht. Nämlich, hier ist ja eine oder mehrere Pipelines über das Grundstück, die da laufen, die fossilen Pipelines. Auch da kann ich nochmal unten in der Infobox verlinken. Da haben wir erklärt, was genau hier für Pipelines herlaufen und warum das hier eine erstaunlich interessante Symbiose ist aus energiewendebezogener Energieerzeugung, also Photovoltaik und Wind etc. Und hier die fossile Energie, die hier lang fließt. Ich sehe jetzt, hier ist kräftig gebaggert worden. Es war ja so, dass ihr hier in mehreren Abschnitten bauen müsst, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Das heißt, der Carport-Bereich hier ist fertiggestellt. Und das sieht man ja hier ziemlich gut. Die Tesla-Seite ist von der Seite fertig geflastert, von der Seite nicht. Also die 20 von der ersten Eröffnung, die laufen und die 20 werden gebaut, sobald hier auf der Seite die Pipeline-Baustelle quasi fertig ist. Genau, das heißt, das ist dann so der zweite Bauabschnitt in eurer Planung. Was genau passiert denn jetzt hier? Die haben jetzt die Oberschicht abgetragen und was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen ist, dass die diese fette Erdgas-Pipeline, die hier durchsucht, dass sie die rausnehmen, in das gleiche Bett neue Rohre reinpacken und die sind dann so, dass man sie auch befahren kann und drauf parken kann. Und das müssen die nur mit der Erdgas-Pipeline, mit den anderen nicht? Nein, die haben sie noch nicht. Genau, mit der Öl-Pipeline, also mit der Roh-Öl-Pipeline muss man es nicht machen und mit der Flüssiggas-Pipeline auch nicht. Ja, okay. Und das sind ja jetzt wie viele Meter, die die jetzt austauschen? Knapp 200. 200 Meter Pipeline, ich weiß gar nicht, wie man das macht mit so einem dicken Ausschicht. Also wo lassen die das denn alles raus und sperren das ab und so? Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Also das sind Spezialfirmen, die da von Open with Europe beauftragt sind, die das alles machen. Man sieht, wir dürfen hier mit 15 Tonnen Ballern und 20 Tonnen LKWs rüberfahren. Wir durften noch nicht mal mit dem Auto das rüberfahren. Wir sind alle gleich, manche sind gleich. Man kann man so mal denken, wie man will. Also entweder sie sperren sie ab und nehmen sie raus, lagern sie auf dem Grundstück schon wieder ein bisschen Mutterboden und Oberboden und dann kommt die neue rein fest. Also der Umschluss selber ist ein kurzer Zeitraum. Das wird klappen. Wobei mir nicht ganz klar ist, ich habe es gehört, dass sie das teilweise sogar machen ohne abzusperren, weil die irgendwelche Möglichkeiten haben, Verbrauchern, Großverbrauchern zu sagen, ihr dürft jetzt kein Gas abnehmen. Und wenn die keins abnehmen, dann können wir es einfach machen. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Also entweder es wird abgesperrt oder es ist irgendwie so ein Verbrauchsstopp für den Tag. Ja, ja, okay, verstehe. Interessant. Hier sieht man jetzt diese ausgebuddelte Erdgasleitung. Du sagst es gerade, die ist wohl 70 Jahre alt. Die ist angeblich 70 Jahre alt. Sieht man ihr gar nicht an, ehrlich gesagt. Die sieht eigentlich ganz, ganz, ganz cool aus. Und kann mir auch gar nicht vorstellen, dass man da nicht drüberfahren können soll, weil da sind ja dann noch zwei Meter, anderthalb Meter. Machen wir ja alle. Ja, genau, die Bagger und Lkw, die fahren da auch drüber. Der Sandkasten musste halt leider weichen, weil da drunter halt eben diese Erdgasleitung war. Bekommen wir wieder einen neuen Sandkasten? Also wir haben ihn auch bewahrt. Da ist er. Mal gucken, wo wir ihn hinstellen. Aber so grundsätzlich für Kinder wird es was geben im Ladepark. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es wird auf jeden Fall was für Kinder geben hier, weil wenn das große Gebäude fertig ist, ist ja hier quasi, wo wir gerade stehen eigentlich, der große Blick zum Kreisverkehr. Da wird sich auf jeden Fall was tun für Kinder. Okay. Jetzt in dem Zwischenschritt, da schaffen wir es nicht. Okay. Das heißt aber, vielleicht kriegen wir es temporär woanders unter, das Ding da? Ich überrede ihn gerade. Ja, kann sein. Aber ich weiß noch, wie es sich lohnt, weil es dann dauert nicht so lange und dann geht es gegen die Bauarbeiten an den anderen Stellen. Aber final wird es was für Kinder geben. Final wird es was Schönes für Kinder geben. Das finde ich wichtig. Ah, sehr gut. Klingt nach dem Spielplatz. Besser. Besser? Oh. Aber willst du noch nicht raus mit? Das ist noch nicht klar. Okay, ihr seht schon, ihr müsst abonnieren. Das heißt also, wir sind ja im Plan. Das war ja so ein bisschen fraglich. Wir sind da besser als im Plan. Das ist eigentlich total gut. Der zweite Bauabschnitt, die sollten zwar jetzt anfangen, aber Open Grid Europe hat uns immer gesagt, das dauert Ellen lang und die ausführende Firma sagt, das ist Quatsch. Dauer noch halb so lange. Das finden wir natürlich super. Okay, also sag mal bitte Bescheid, wenn das sozusagen so weit fortgeschritten ist, dass man das mal sehen kann. Das kannst du dir jeden Samstag angucken. Ja, ich weiß ja nicht, wenn dieser Tausch dann relativ schnell passiert. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. So, deswegen. Okay. Das heißt, wann ist das planmäßig abgeschlossen? Weißt du das, so grob? Es sollte im Winter sein und jetzt ist es irgendwie Herbst. Okay, also das heißt, ihr habt auf keinen Fall offensichtlich Verzug mit auch in Planung bezüglich des zweiten Bauabschnitts. Könnt ihr den vorziehen oder seid ihr jetzt in eurer Taktung so drin wie ursprünglich geplant? Das hängt für unseren Tiefbauer ab. Ich gehe davon aus, ja. Okay. Das heißt, dass man auch schneller mit dem Tesla sozusagen die andere Seite machen kann? Genau. Es ist auch alles so abgestimmt zwischen unserem Tiefbauer, der Stadt Hilden und Open Grid Europe. Normalerweise haben wir ja drinnen, der Mutterboden muss wieder hin. Und das machen sie jetzt nicht. Der kann ja weg. Den können wir hier verticken. Ja. Und der muss ja nicht wieder drauf. Von daher sind wir auch ein bisschen schneller und alles, was geht, ist abgestimmt. Ja. Ja, perfekt, Mensch. Also Production hell. Hier passiert gerade unheimlich viel auf einmal. Aber es scheint ja zu laufen. Es scheint zu laufen, aber es ist schon ein bisschen heftig. Wir müssen im Moment richtig Gas geben bei allem, vor allem wir, vor allem bei den Dingen, die den Pavillon betreffen, wie das Backprogramm und das Produktprogramm, wie sie den Grieb betreffen hier an der Stelle, dass alle Geräte pünktlich da sind, dass alles genau getaktet ist. Ja. Wann kommt der Ofen rein, dass die Handwerker soweit sind? Wann kommt die Einrichtung? Wann die Klimaanlage? Okay. Nur mal, damit man so eine Vorstellung hat. So mal Pavillon und ein bisschen Rötchen verkaufen, in Anführungsstrichen. Klingt ja so einfach, aber ich würde jetzt mal so grob schätzen, dass dieser Pavillon doch wahrscheinlich im Rahmen eines Einfamilienhauses kostet, wie allem Pipapo, ne? So, das ist, darf man nicht unterschätzen, dass es ein Monsteraufwand und muss entsprechend getaktet werden. Ich weiß, dass, wie wir unser Haus gebaut haben, da muss auch alles passen, sonst heißt es dann nicht nach drei Monaten Einzug, sondern nach sechs. Ja, vor allem, dann sagt dir ein anderer hier, ich habe eine Behinderungsanzeige gestellt, der ist nicht fertig, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich koste aber Geld, bezahle mich. Oh, ja, ja, okay. Also, es muss klappen und du siehst an Grünheide, wie geil das im Moment klappt. Das ist also unser großes Vorbild. Hast du denn auch ohne Baugenehmigung schon angefangen? Nein, aber wir machen das tatsächlich genauso wie Tesla. Es gibt immer Teilbaugenehmigungen. Es gibt natürlich für das große Ganze im Vorfeld eine Bauvoranfrage. Wenn die positiv beschieden ist, ist das schon ein Teil der Baugenehmigungen, die kommen. Aber mit den Baugenehmigungen selber gehen wir Stück für Stück vor. Das ist auch gut, weil man in der Zeit auch immer neues Wissen erlangt, was man einfließen lassen kann. Ja, okay. Also wir hätten es gar nicht durch diese Komplexität gar nicht en bloc machen können. Ich nehme fast an den grünen Halt, das ist ähnlich. Ja, ja. Ja, das sieht man, Tesla hat es ja schon ein paar Mal, also jetzt einmal schon deutlich angepasst. Das ist ein lebendes Objekt, so ein Großprojekt. Das ist, das von vornherein durchzudenken, ist nahezu unmöglich. Na gut, du kannst. Es sei denn, du hast eine Blaupause. Ja. Jetzt, wenn du das hier einmal gemacht hast, wenn du sagen, theoretisch, du würdest das nochmal woanders machen, dann weißt du so grob schon, wie es aussehen kann. Ja, genau. Ja, okay. Ja, coole Sache. Jetzt ist natürlich die spannendste Frage, wann geht es hier los? Wann können wir hier laden und essen? Das kann ich noch nicht genau sagen. Also es wird länger dauern, als zuerst gedacht. Wir hatten ja mal irgendwann Ende diesen Monats, also Ende August war ja mal. Nee, 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 das ist auf keinen Fall. Hatten wir mal gehofft? Nee, ich denke, es wird schon Ende September. Okay, ja, okay. Und dann aber Fastnet, Tesla und Avignon. Genau, das hat den großen Vorteil. Wir eröffnen, das klappt so gut mit uns drei, wir eröffnen tatsächlich alle zusammen. Ja. Und mit einem großen Box. Ja. Okay, also Ende September wäre ja schon mal nicht schlecht, weil dann ist es noch nicht so kalt. Weil ich habe ja von dir gefordert, dass du zur Eröffnung da ein Bart nimmst in Shorts. Du erinnerst dich vielleicht. Wir wollen dich in Shorts in dem Versickerungszeichen sehen, dafür darf es nicht zu kalt sein. Ach, also ich kann da was ab, aber ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ja, wir schmeißen dich einfach rein. Das hast du gefordert. Ich habe nicht zugestimmt. Wir schmeißen dich sonst einfach rein. Ich nimm dir das Handy ab und dann werfen wir dich rein. Okay, nee, dann haben wir, glaube ich, erstmal alles soweit abgedeckt, was hier gerade so passiert ist. Ja, wir stehen hier zum Beispiel gerade auf der späteren Zufahrt. Ja. Also, wo jetzt drüber zugefahren wird zur Baustelle und auch wenn hier eröffnet wird, das ist ja hinten quasi dann nur die spätere Anlieferungszufahrt. Die Hauptzufahrt ist hier, wo auch quasi die LKWs jetzt sieht, wo die reinfahren für den Treibler und das findet dann hier statt. Okay, eine Sache fällt mir noch ein. Vorne passiert auch was. Da passieren Arbeiten für die Trafostationen. An die vorne eine Ecke. An der Ecke, ja. Ja, genau. Da, wo jetzt die Trafostation von Tesla steht, da haben wir die Fundamente gemacht für ein jetzt größeres Trafo-Gebäude, weil wir erst abgestimmt haben, wussten wir, wie groß es wird, was muss da alles rein. Ja. Ja, das wird jetzt da parallel. Ja, der muss ja, sonst wird man hier entladen können. Aber die ganzen Verteilungen und so weiter und so fort. Ja. Prima. Okay, Roland, vielen herzlichen Dank für das Update hier von der Baustelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, hier nochmal zu sehen, wie es hier so weitergeht. Es war so ein bisschen, ich sage mal, etwas weniger optisch zu sehen, als hier die Carpots dann standen. Dann Photovoltaik, da sieht man nicht so viel. Jetzt ist hier wieder richtig Action, hier sieht man unheimlich viele Handwerker und ich bin total gespannt, wie das weitergeht, wie der Pavillon vor allen Dingen aussehen wird. Abonniert also den Kanal, wenn euch das Thema interessiert. Daumen nach oben und vor allen Dingen in den Kommentaren möchte ich bitte ein paar Wünsche sehen, ob ihr ihn im Wasser haben wollt oder nicht. Und vor allen Dingen... Er mag es nicht so, wenn man ihn über ihn bestimmt. Ich bin der Chef. Ich bin der Klasse. Und vor allen Dingen stellt gerne Fragen, die ich mit dem Roland vielleicht im nächsten Video dann klären kann, wenn wir jetzt hier was vergessen haben oder irgendwie was übersehen haben, was ihr entdeckt habt. Von daher, lasst uns zusammen die Welt retten mit einem pünktlichen Ladepark, dem größten Ladepark der Europäischen Union von Fastnet und Tesla. Ein super geiles Projekt, bitte mehr davon, wiederhole ich immer wieder, dass er auch weiß, sich schön merken, wie das geht hier. Dann kann man das anderen erklären oder vielleicht noch weitere Projekte machen. Und ansonsten schaltet wieder ein, es wieder heißt Nino vom Danzei-Blog. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Du kannst doch schwimmen, oder? Ich glaube, er kann schwimmen. Ich habe den Urlaub jeden Morgen in den See gesprungen. Und der war garantiert kälter als der Tümpel. Ja, ich hoffe, du hast dich gut erholt. Aber zu kurz. Das ist immer zu kurz. Urlaub ist immer zu kurz.